Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag, heute ist der 16.03.2021. Es ist 8.07 Uhr und ich bin etwas spät dran. Ich bin heute vielleicht erst kurz nach 7 Uhr aufgestanden. Wäre denkbar. Über mir trampelt es schon wieder, aber das ist mir egal. Ich habe laut Musik an, also jetzt gerade nicht beim Vlog aufnehmen, aber danach mache ich wieder schön Musik. Und dann geht es ab an den Arbeitsrechner und dann gucken wir mal, was der Tag heute so mit sich bringt. Letzter Termin ist 15.45 bis 16.15 Uhr und 16.30 Uhr ist heute dann Valhalla Stream. Assassin's Creed Valhalla. Wir gehen nach Asgard. Wir waren letztes Mal schon in Asgard. Und da haben wir aber aufgehört und heute werden wir den Sprung nach unten nochmal vollführen und dann uns in Asgard umschauen. Es ist alles nur ein Traum, aber was soll's, es ist schon ganz schick gemacht und ich bin mal gespannt. Wie gesagt, was man so in Asgard erleben kann, tun kann, wie die Leute da so drauf sind und was sich da vielleicht sogar für Schätze finden. Aber ob ich die aus einer Traumwelt in die echte Welt mit zurücknehmen, also in die echte Spielwelt zurücknehmen kann, ich weiß es nicht. Vielleicht. Und die Erfahrung, die ich da sammle, nehme ich die auch mit? Habe ich überhaupt Erfahrung? Wer weiß das schon? Fragen über Fragen. Wir werden es sehen. Heute, wie gesagt, ab 16.30 Uhr. Ja, ansonsten hatte ich gestern noch ein bisschen Fortnite gespielt, buff beim Elite-Spielen zugeschaut. Arnie hat auch eine Liede gespielt, Frau Ling hat, glaube ich, irgendwie Dead by Daylight gespielt, das, was sie immer spielt, ihr Lieblingssalz-Spiel. Und ja, irgendwann so gegen, weiß gar nicht, gegen 20 Uhr, 20.30 Uhr, haben wir dann so langsam die Segel gestrichen und Ecken auf die Couch, ich glaube, der Buff auch. Und ich habe gestern die neunte Folge von American Gods geschaut. Und das war gut. Und dann war es irgendwann um halb zehn und da dachte ich mir so, ach komm, jetzt gehst du ins Bett. Eine Folge reicht, schlafen. Ja, und dann war ich halb zehn im Bett und wie gesagt, heute kurz nach sieben wieder wach. Eigentlich schon mal um sechs, aber dann dachte ich mir so, nee, jetzt stehst du noch nicht auf. Gut, dann kommt alle gut durch den Tag. Wir hören uns, wenn ihr mögt und seht, ihr seht mich dann, wenn ihr mögt, auch heute Nachmittag mit Ivor in England. Und ansonsten vielleicht morgen wieder beim nächsten täglichen Vlog auf diesem Kanal hier. Ich trinke jetzt noch einen Kaffee und ein bisschen Tee und vielleicht ein bisschen Kakao. Und in 50 Minuten werde ich erst mal mit Sarah quatschen ein bisschen. Gut, also dann Au revoir.